3 für jeden krank fu film und das ist rot das ist rot beim bommel gnädig dass er geld bekommen hat dies ist eine klare rote karte die frage ist warum er sich darüber beschwert wenn er die mannschaft mit dem meisten gelben in diesem turnier es ist versuchte körperverletzung also er muss es gesehen haben der schiedsrichter sozieter gar keine karte gezogen